Mein Name ist Florian Sandweg, ich bin hier in meiner Praxis AmoSaro Dr. Sandweg Ästhetics in Rosenheim. Der ein oder andere kennt vielleicht schon Fire and Ice und ich meine nicht den Spielfilm aus den 80er Jahren, an dem ich mich noch erinnere, sondern ich meine ein Behandlungskonzept, was die Kombination aus Kryolipolyse zur Fettproduktion, Ice, und Straffung von Haut- und Bindegewebe durch Radiofrequenz, Fire, kombiniert. Hier bei AmoSaro führen wir viele Behandlungen mit jedem Verfahren für sich einzeln durch, mit sehr guten Erfolgen. Es gibt aber Patienten, die nach der Kryolipolyse noch eine Straffung von Haut- und Bindegewebe wünschen. Diesen Patienten biete ich die Kombination an und behandle nach abgeschlossener Kryolipolyse mit dem WTL-Exilis Elite zur Radiofrequenztherapie, um die Haut- und Bindegewebeüberschüsse noch zu straffen. In der Regel sind dies vier Behandlungen pro Zone und wir erzielen damit exzellente Ergebnisse und haben somit noch zufriedenere Patienten. Ich empfehle also jedem, der über beide Gerede verfügt in seiner Praxis, dies seinen Patienten auch anzubieten. Fire and Ice!